Wir gehen zur Veranstaltung und sehen Mr. Kuller L.A. nach der Geburt. Ich denke, es wäre natürlich richtig gewesen, da richtig und näher dran zu sein, nicht zu spekulieren, sondern mitzulaufen. Wir haben bestimmt einen zweiten Halbzeit, 85 Minuten, dann gibt es noch einen Einwurf und dann sind wir nicht gut gestanden, hektisch und kriegen so noch das zweite Tor. Wir haben das Spiel verloren, aber wir waren sicher nicht die schlechtere Mal. Wir haben das erste Mal angefangen, weil wir haben die 25 Jahre lang auf der Geburt. Und dann haben wir drei drei Minuten nach dem Garten geöffnet. Wir haben die Geburt, wenn wir die Geburt gehen, dann haben wir die Geburt. Wir haben nicht die Geburt, wir haben die Geburt, die wir haben, und wir haben die Geburt. Wir haben die Geburt, die wir seit der 25 Jahre lang, und wir haben die Geburt, wir haben die Geburt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.